Servus und hallo bei der Nordkanal-Logshow. Ernst K. Phase, Wochenreflexion vom 20.11. bis 27.11.1994. In dieser Woche war außer Arbeit nicht viel los. Mittwoch am Marienplatz und am Ruppreutzplatz, der Info stand, war echt in Ordnung. Anfangs hatte ich enorme Schwierigkeiten vorbeilaufende Menschen anzusprechen. Ich habe einfach abgewartet bis jemand interessiert schaute und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Endlos Diskussionen über Sucht und Therapie haben mir gezeigt, wie sich meine Einstellung gegenüber Drogen verändert hat. Freitag war ich echt sauer. Ich habe außer Rückenschmerzen nichts vom Praktikum gehabt. Das einzige was ich weiß ist, dass ich doch nicht im Verkauf arbeiten will. Jo Leute, da muss man auch mal ein bisschen aufgehen. Also dieser Info stand, da hat Daytop einen Info stand am Marienplatz und am Ruppreutzplatz in München gehabt. Da kam ein paar Salten vorbei, an denen wir darauf angesprochen haben, weil Daytop halt Geld spenden hat gebraucht. Die wollten Geld haben und wir haben da halt auch geschnurrt. Das lustige war, am Marienplatz hat man eine Wand aufgestellt mit ganz vielen Fotos von unseren Veranstaltungen und von Leuten, die dort Bewohnern und so weiter, die es erlaubt hatten, uns das zu machen. Und dann sind wir da ein paar stehen, die ganz genau auf die Gesichter geschaut haben und immer so gedeutet haben. Und dann sage ich zum, ähm, ich glaube zum Hoffi habe ich das gesagt. Sag ich, hey, Alter, guck einmal. Nein, zum Horst. Der Horst war das, der war ja noch jünger. Ich sag, hey, Horst, ich schau mal, Horst. Das da sind Münchner Kripo-Wirante. Der guckt da hin, der war jetzt ehrlich, grinst voll und geht offensiv auf dich zu, quatscht mit denen und dann kommt er zurück. Sagt er, und? Sagt er, ja, ja, wir erkennen uns gegenseitig. Da haben wir halt gelacht. Ja, der Horst kommt ja nicht aus Bayern, der Horst stammt ja aus Rupport. Und er war einer von den wenigen, die mit meinem Akzent kein Problem gehabt damit im Dialekt. Ähm, seltsamerweise gab es ganz viele aus Duisburg, Düsseldorf, ähm, die mit dem bayerischen Akzent nicht so klar kommen sind. Er hat es gut drauf gehabt. Wir haben es echt gut verstanden. Ich finde es so schade, dass ich dann den Kontakt verloren habe. Auf jeden Fall, das war halt schon krass. Die gucken da auf die Fotos, ob die Leute wiedererkennen. Und das kann gar nicht sein, weil die wenigsten von denen waren Münchner oder Bayern, die meisten waren irgendwo von weit da oben. Aber die haben sich die Leute gehört. Die LKs da und die Zivils, die da auf der Edge-Straße rübergekommen sind. Das ist ja da umdeckig gewesen, die Edge-Straße. Und seltsamerweise erkenne ich diesen Gesichtsausdruck von dem sofort wieder. Also egal wo, als ich da bei meinem letzten Arbeitgeber, der hatte ein Cannabis-Festival in Berlin gehabt, Musik-Festival oder halt. Sands-Hemp, sag ich es einfach, Sands-Hemp-Festival war das. Und ich stand mit einem anderen Kollegen hinter der Bonn war. Also wir haben Bonns, saubere, verliehen an die Leute, damit die ihre Medizin konsumieren können. Wir haben aber nicht nachgefragt, ob es wirklich Medizin ist oder ob die da illegales Zeug rauchen ist. Das ist ja etwas, was uns gar nicht, das dürfen man weiter da. Und da ist auch gleich in der Nähe fußläufig das Landeskriminalamt. Da standen ein paar so angetrunken Typen da und haben halt so über den Träsen geschaut und alles ganz genau fixiert und ein paar Dinge so auch angepasst, so helle Finger wechseln, Privatsachen hier. Also schaut ihr mir angetrunken aus, euch möchte ich keine Bonn geben. Und mein Kollege sagt zu, schau mal her, komm, ich glaube hier gibt es ein bisschen, dann kam der auch gleich und dann kam auch da andere Leute ein bisschen so dazu, dass die aufgehört haben, so aggro zu agieren. Ich habe dann die eingeprägt und am nächsten Tag stand ich und am anderen Stand da gab es halt so T-Shirts und so Zeug, so Giveaways und dann kamen die an und haben halt schon wieder so ein bisschen aggro. Dann sag ich, hey, was ist denn mit euch los? Was ist denn bei euch? Was läuft denn falsch bei euch? Warum kommt es denn hier immer angetrunken an? Hier ist niemals so aggro wie ihr, was geht denn? Und dann kamen auch schon Türsteher und haben sie wieder raus begleitet, weil die sich halt unfertig benommen hatten. Und ja, ich kann das nicht anders erklären, außer dass das LKW-Amt, die waren die von eben an gekommen sind, ein bisschen was drunken hatten zum Feierabend und dann bei uns reingeschaut haben. Und ja, wir sind ja der natürliche Feind, weißt du, weil wir das Medizin-Thema benutzt haben, um in Berlin den Konsum zu entkriminalisieren, sage ich mal. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt irgendwo so auffällig verhält und Eckerl stellt und heimlich baut oder so, sondern wenn man seinen vorgefertigten Joint alleine raucht und den nicht weitergibt, sondern alle ihr eigenes haben, dann ist das jetzt einfach nicht mehr so der erste Schritt zum Hallo, was ist das da? Natürlich, die Jungen machen es die Fragen, aber wenn du sagst, das ist medizinisch, dann liegt es daran, ob er geglaubt oder nicht. Wenn er da nicht glaubt, dann schaut er halt weiter, aber die meisten haben überhaupt keinen Bock am Ende die Arschkarte zu haben, dass er ja doch einen Patienten an der Angel hat und dann das ganze gezetert, das rentiert sich halt nicht. Ja, ich schaue schon auf was anderes, ob gediegelt wird, ganz klar. Das liegt an euch, wie ihr euch verhält. Und natürlich, wie alt ihr seid, also wenn ihr so ein Jungs-Bürscherl zwischen 16 und 20, dann seid ihr erst in der Zielgruppe, ist halt dann so. Ja. Alle Älteren, wie meine Generation auf jeden Fall, und alle ein bisschen zwischen 30 und 50, 60 und älter, da ist gar kein Problem mehr. Da ist es ja auch sehr realistisch, dass man es verschrieben bekommen hat. So, Leute, mehr gibt es dazu zu nicht zu sagen für heute. Peace out.